Hallo Freunde! Was bedeuten 50 Dollar heute? Die Möglichkeit, in ein nettes Restaurant zu gehen oder sein Auto voll zu tanken? Es ist schwer zu glauben, dass vor 100 Jahren eine solche Summe sehr viel Geld war, das ausreichte, das Leben eines kranken Kindes zu retten. Und was würde eine Mutter alles für ihr krankes Baby tun? Wenn man darüber nachdenkt, kommt einem vieles in den Sinn. Aber sicher nicht der Gedanke, an einen der unwirtlichsten und abgelegensten Orte der Welt zu gehen. In dieser Geschichte wird es um eine Frau gehen, die genau das getan hat. Eine Geschichte über eine Art weiblichen Robinson Crusoe, die sich von der echten Geschichte nur insofern unterscheidet, als dass sie sich vor mehreren Jahrzehnten tatsächlich ereignete. Ada Delitook wurde 1889 in einer Eskimo-Familie in Alaska geboren. Als kleines Mädchen wuchs sie in den einfachen Verhältnissen der Injuid auf. Und obwohl das Jagen und Schießen bei ihrem Volk eine große Bedeutung besitzt, hielt sie sich davon immer fern, weil sie sich vor Gewehren fürchtete. Ihre Mutter, die nur das Beste für ihre Tochter wollte, unternahm den verzweifelten, aber damals wichtigen Schritt, das noch sehr junge Mädchen allein in die nächstgelegene Stadt namens Gnome zu schicken. In der Missionsschule lernte Ada schließlich Lesen, Schreiben, Bügeln und Nähen, aber vor allem erwarb sie Englischkenntnisse und ein Grundverständnis für Geld und die Tradition des amerikanischen Volkes. Das Mädchen wurde zu einem mehr oder weniger modernen Menschen erzogen und schließlich als eine ganz normale Person angesehen. Im Alter von 16 Jahren heiratete Ada leichtgläubig einen Hundeschlittenführer namens Jack Blackjack. Das Paar hatte drei Kinder, von denen aber nur eines, das Säuglingsalter, überlebte. Aber anstatt sich um seine Familie zu kümmern und sie zu unterstützen, verließ der Mann Frau und Kind und ließ die junge Frau mittellos und mit einem kleinen Sohn, der an Tuberkulose erkrankt war, zurück. Die Ehe lag in Trümmern und Ada erkannte, dass es schwer werden würde, ihren Sohn durchzubringen. Ihr blieb keine andere Wahl, als den Jungen in ein Waisenhaus zu geben und dem kleinen Bennet zu versprechen, dass sie wiederkommen und allen Problemen ein Ende setzen würde. Als sie in ihre alte, schäbige Hütte zurückgekehrt war, wusste sie nicht, wie sie mit all den Problemen zurechtkommen sollte. Doch eines Tages änderte eine zufällige Begegnung alles. Auf dem Rückweg von der Arbeit wurde sie plötzlich vom Chef der Stadtpolizei angesprochen, der die Probleme des unglücklichen Mädchens gut kannte. Unerwartet erzählte ihr der Mann von einer Arktis-Expedition, für die eine Näherin gesucht wurde, die Englisch sprach. Er wollte ihr helfen, also schlug er ihr vor, an dieser Reise teilzunehmen. Denn als Gegenleistung wurde eine sehr gute Bezahlung angeboten, 50 Dollar im Monat. Ada rechnete aus, dass sie in zwei Jahren genug verdienen könnte, um ein neues Haus zu kaufen und Bennet aus dem Waisenhaus zu holen. Aber als sie mehr und mehr Details über die Expedition erfuhr, befielen die arme Mutter Zweifel. Trotzdem stimmte sie schließlich zu, die lange Reise zu einer unbewohnten Insel anzutreten. Die Expedition zur Wrangel-Insel, 150 Kilometer von der nächsten Küste im Nordpolarmeer entfernt, wurde von William Stephenson organisiert und hatte das ehrgeizige Ziel, eine Wetterstation zu errichten und sich auf dem furchtbar kalten Fleckchen Erde anzusiedeln, um den Besitz der Insel zu sichern. Für die lange Reise wurden vier junge Männer ausgewählt, die zwar über gute theoretische Kenntnisse verfügten, aber absolut keine Vorstellung hatten, was sie auf eben jener Insel tatsächlich erwartete. Sie waren Abenteurer und hegten den Wunsch, dass ihre Namen als Pioniere weltbekannt würden und in die Geschichtsbücher eingingen. Als das Schiff in See stach, war noch keiner der Eskimos, die die Jagd übernehmen und Kleidung und Stiefel herstellen sollten, angekommen. Erda war aufgeregt und wollte das Schiff wieder verlassen und nur die Versprechungen der Besatzung, dass sie Einheimische am nächsten Hafen aufnehmen würden, überzeugten sie zu bleiben. Doch die Sorgen des Mädchens waren berechtigt, denn niemand war bereit, sie auf der Reise zu begleiten. Auf dem Weg zur Insel musste sie neben der Seekrankheit auch mehrere Stürme überstehen. Nachdem die Polarforscher am Ankunftsort einen sechsmonatigen Vorrat an Lebensmitteln und einen noch größeren Waffenvorrat abgeladen hatten, verabschiedeten sie sich für lange Zeit von der Zivilisation. Sie mussten sich mit den neuen Realitäten arrangieren und ihr Leben auf die harten Bedingungen auf der Insel einstellen. Die Polarforscher begannen, die Flora und Fauna der Insel zu erkunden, meteorologische Instrumente aufzustellen, zu jagen und sogar ein Haus zu bauen, während Erdas Aufgabe darin bestand, ihre Kleidung zu flicken und Essen zuzubereiten. Zum Entsetzen des waffenscheuen Mädchens begegneten ihr immer wieder Eisbären und Walrosse, was sie einmal mehr davon überzeugte, dass eine Waffe an diesem Ort lebensnotwendig war. Außerdem bereitete sich die Expedition auf die Polarnacht vor, die 60 Tage dauern sollte. Erdas einzige Freundin war Victoria, eine Katze, die sie aus ihrer Heimatstadt mitgebracht hatte. Die Männer konnten nicht verstehen, warum die Näherin so unglücklich war, da sie doch alles hatten. Von einem herzhaften Abendessen über ein warmes Bett bis hin zu Brettspielen und Poker. Schließlich fand Erda sich damit ab, dass ihr diese schwere Arbeit 50 Dollar im Monat einbrachte. Sie überstand den Winter und den Frühling und freute sich auf das Schiff mit den Vorräten. Die Mitglieder der Expedition wussten noch nicht, dass ihre wirkliche Reise jetzt erst begann. Aber das erwartete Versorgungsschiff konnte wegen des Eisgangs die Insel nicht erreichen und die Kolonisten mussten sich auf einen sparsameren Umgang mit den übrig gebliebenen Vorräten einstellen. Der Expeditionsleiter Lorne Knight ging davon aus, dass das Schiff nicht mehr eintreffen würde. Was bedeutete, dass das angenehme Leben vorbei war und die Situation verschlimmerte sich zusehends. Die Jagd brachte wenig. Die früheren Kräfte waren verschwunden und Knight bekam zudem einen steifen Rücken und Schmerzen in den Gelenken. Er litt an Skorbut und da es keine Aussicht auf Besserung gab, machte er sich auf das Schlimmste gefasst. Inzwischen hatten die Polarforscher alle Hoffnung verloren und entschieden sich für einen Alleingang. Sie wichen von dem gefassten Plan ab und beschlossen, sich zu trennen. Drei von ihnen wagten im Januar 1923 den riskanten Versuch, 1200 Kilometer zum Festland zu laufen, um Hilfe zu holen, und ließen Ada mit dem kranken Lorne Knight allein zurück. Das Trio machte sich auf den Weg und wurde seither nicht mehr gesehen. Die Frau war nun gezwungen, die Aufgaben als Holzfällerin, Köchin, Krankenschwester und vor allem als Jägerin, vor deren Arbeit sie sich so fürchtete, alleine zu erledigen. Aber auch das konnte den kranken Lorne Knight nicht retten, der inzwischen kein Stück Fleisch mehr schlucken konnte und die ganze Wut seiner eigenen Ohnmacht an der unschuldigen Frau ausließ. Er beschimpfte sie und sagte, dass ihr Ex-Mann sie nicht umsonst verlassen hatte. Trotz allem fand Knight vor seinem Tod die Kraft, sich einzugestehen, dass die Frau alles für ihn getan hatte, was sie konnte. Sie musste nun nur noch um ihr eigenes Leben und das ihres Kindes kämpfen. Eines Morgens stellte er da fest, dass Lorne diese Welt verlassen hatte und dass sie von nun an ganz allein an diesem unbewohnten Ort und tausende von Kilometern von den nächsten Menschen entfernt war. Es ist schwer vorstellbar, was die arme Frau in diesem Moment fühlte. Ringsumher gab es nur endlosen Schnee. Land, in das noch nie ein Mensch einen Fuß gesetzt hatte und viele Raubtiere. Außerdem waren die Vorräte fast aufgebraucht und es war nichts übrig, außer ein paar Handvoll Schießpulver. Als Edda erkannte, in welcher Situation sie sich befand, schrieb sie ein Testament, in dem sie ihr Gehalt aus der Arktisexpedition zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester aufteilte, der sie die Pflege ihres Sohnes anvertraute. In ihrem Herzen hoffte sie aber immer noch, dass früher oder später Menschen kommen würden. Aber wie viele Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen würden, konnte sie nur erahnen. Doch trotz der aussichtslosen Lage weigerte sie Edda aufzugeben, denn zu Hause wartete ein kranker Sohn auf sie. Dadurch fand sie immer wieder die Kraft, das Feuerholz zu tragen, die Häute der in den Fallen gefangenen Raubtieren zu bearbeiten und sogar Fotos von ihrem Leben zu machen. Es ist schwer vorstellbar, wie diese gebrechliche Frau es geschafft hat, so lange allein zu leben und all die Arbeiten zu bewältigen, die zuvor vier starke Männer getan hatten. Die ehemalige Näherin hatte einen Überlebensplan ausgearbeitet und war gezwungen, jeden Tag auf der Suche nach Nahrung über die trostlose kalte Insel zu streifen. Auf der Suche nach Holz begegnete sie immer wieder gefährlichen Bären, denen sie nur knapp entkam. Der lange Aufenthalt in der verschneiten Gegend ließ die Grenzen der Realität verschwimmen. Auch blieb sie vom arktischen Fieber nicht verschont, das die Frau überwältigte. In den vielen Tagebüchern, die Edda schrieb, erzählte sie, dass sie ihre einzige Rettung der Kontakt mit ihrer Katze war, die sie sorgsam vor den Raubtieren schützte. Sie hatte auch einen Kalender, der aber völlig unbrauchbar war, da sich die Tage mit der Nacht vermischten und Edda keine Ahnung hatte, wie lange sie schon auf der Insel war oder welches Jahr es war. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie diese Geschichte ausgegangen wäre. Und wahrscheinlich hätte niemand je davon erfahren, wenn nicht eines Tages ein echtes Wunder geschehen wäre. Im August 1923 sah Edda ein Schiff am Horizont, das ihr zunächst unwirklich erschien und mit dem sie nicht mehr gerechnet hatte. Der Rettungsschoner Donaldson legte an der Wrangel-Insel an, mit 14 Polarforschern an Bord. Edda konnte ihr Glück nicht fassen. Als sie auf die Kolonisten zulief, sah sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen lebenden Menschen. Die Besatzung war ebenfalls sehr überrascht. Als sie ihre Geschichte hörten, konnten die erfahrenen Männer nicht glauben, dass so etwas möglich war. Die Mannschaft stellte fest, dass die Frau trotz ihres bemitleidenswerten Aussehens gut organisiert war, sodass sie mindestens noch ein Jahr hätte überleben können, trotz der Isolation. Das Angebot, zu günstigeren Bedingungen zu bleiben, lehnte Edda sofort ab. Sie nahm ihre geliebte Katze Victoria und bestieg das Schiff mit einem einzigen Gedanken. Sie musste so schnell wie möglich ihren Sohn sehen. Sie hatte erst von den Polarforschern erfahren, dass sie seit mehr als eineinhalb Jahren allein auf der Insel war. Bei ihrer Ankunft wurde sie von Journalisten mit Kameras erwartet. Aber sie wollte nicht berühmt werden, sondern nur ihren Lohn bekommen, um Bennets Behandlung fortsetzen zu können. Übrigens war das Komitee, das die Expedition organisiert hatte, von der erstaunlichen Rettungsgeschichte nicht im geringsten begeistert und gab der Frau weniger als den vereinbarten Betrag, der ihr zugestanden hätte. Im Gegensatz zu Stefansson, der von seiner Expedition reichlich profitierte. Aber nachdem sie alle seltenen Fälle verkauft hatte, die sie auf der Insel gesammelt hatte, bekam Edda Blackjack genug Geld zusammen, um ihren Sohn behandeln zu lassen und ein neues Haus zu kaufen. Die Nachricht von dieser einzigartigen Expedition verbreitete sich wie ein Lauffeuer und die erstaunliche Frau erhielt den Spitznamen weiblicher Robinson Crusoe. Und auch später, trotzdem man ihr hohe Honorare versprach, miet Edda die Presse, wollte keine Popularität und zog es vor, ein ruhiges Leben zu führen. Ein Jahr danach heiratete Edda wieder und brachte ihr zweites Kind zur Welt. Die Geschichte schweigt darüber, was in ihrem späteren Leben geschah. Aber neugierige Reporter haben herausgefunden, dass die Frau 85 Jahre alt wurde und bis zu ihrem Tode im Jahre 1983 ihren eigenen Haushalt unterhielt. Und noch heute erregt die Überlebensgeschichte der Eskimo-Frau die Gemüter von Forschern und Historikern. Was glaubt ihr, hat der armen Näherin geholfen, auf der einsamen Insel zu überleben, umgeben von unerträglichem Frost und wilden Tieren? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Das war's für heute. Bewertet bitte das Video. Tschüss und bis bald! Bis bald! Bis bald!